Ja Junk, seid ihr bereit oder? Ich geb' wieder tschüss. Ah, kommt. Ist er noch da? Ok, 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 warte. Hab' ihn. Und haben wir die Erinnerung gehört. Copy that, Entry Team. Notifying Morgue. Ok, nice, 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 nice. Talk to Entry Team. Roger, Trailer's inbound. Die Tür ist schon irgendwie gleich kaputt. Oder? Oder sieht das sonst so aus? Oh mein Gott! Boah, mir ist einfach ne Geise aufgetaucht. Hands up! Hands up! Get down and show me your hands! Ich bin ja einfach ganz casual vor uns. Ich hab auf den geschossen, Alter, ey. Das hat auch nett, find ich komisch. Get down and keep moving. Talk to Entry Team. Alter, Schwerding. Roger that, Trailer's on route. Hands up! We got a dead suspect here. Talk reporting. Roger that Entry Team. Tag him and keep moving. Mach mal den Ernst, ich fessel die einfach weg. So muss es sein. Die Schweine stehen ja wieder auf. Ja, hallo, Entschuldigung. Lass mich durch, Sir. Entschuldigen Sie! Wo die einfach fort irgendwo geschossen haben. Ja. Die haben einfach übel durch die Wand einen mitgegeben. Schwecks auch schick direkt. Hier links. Hier genau vor uns. Hier links jetzt. Kann ich da oben ne Granate durchwerfen, oder mal? Doch nicht. Oh, doch. Warte, 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 warte. Ge weg, 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 weg. Meiner! Schade, niemand da. Oh, hier wird's interessant jetzt. Oh mein Gott! Huh! Ich hätte dazu sagen sollen, dass es hier noch Bomben an Türen gibt. Ja, ich weiß, dass es die in der Theorie gibt. Oh mein Gott. Aber bisher hatten wir das Zombie, deswegen hab ich nicht so gedacht. Ja, noch besser. Schäme Explosion. Ich mach die Tür auf, ich hör so das, äh, das Ziehen des Stiftes der Granat trinken. Oh, oh. Scheiße. Ey, Alter, lass machen, ey. Nee, nee, nee. Ich dachte mir gerade so, was ist das für ein Geräusch? Und auch war er tot. Das machen wir nochmal. Warte, Jens, ist auch gestorben. Ja, ich bin auch gestorben. Ich war gleich hinter dir. Ich war gleich hinter dir. Ich bin bei den Schilds, bin ich hinter dir. Hängelaufen, ey. Warte mal. Das ging so nicht, Alter. Nee. Nee. Ich wünsch euch was. Ciao, ciao. Ciao. Nein, nein. Ab jetzt, sobald jemand stirbt, rück ich auf Neustart, egal wie weit wir sind.